Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lego Star Wars komplette Saga Wir sind jetzt in Level Nummer 4 Und äh ja noch mal auf Endora und danach gibt es ja die 2 coolsten Level in dieser Episode hier wir werden in der nächsten beiden Folgen sehen und die Folge sehen wir jetzt ja am 9. Dezember wenn ich mich irre jetzt haben wir so ein paar Viecher ich höre nicht auf den Namen ah Disney Indoriana ne ich einfach mal Indoriana naja wie sind die Kashyyyk ne ich möchte auch kennen das Episode 3 ich freue mich jetzt bis zu den 3 schon irgendwie Monate her für mich 2 Tage hm 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 mach sind so ich habe jetzt die drei das level kommt auch ein bisschen etwas eventuell ein bisschen lang gehen Ich versuche ein bisschen ganz schnell ein bisschen durchzumachen und laufen jetzt hier nach Ich bin jetzt am schnell durchlaufen Ich bin jetzt am schnell durchlaufen Ich glaube diesmal auch gar nicht so viel ganz einsam halten, ja Was eh man, schnell jetzt am durchlaufen Ja, so, oah, der hat keine Nähe hier Und dann hier auch noch weiter hier Das muss man dann zerstören hier und bauen Eine Rüchte Maske Das muss man auch zusammenbauen So So Jetzt fäng ich jetzt nicht mehr zerstören Warum tue ich jetzt nicht mehr zerstören, ey Ja, komm schon Okay Sehr gut, dann machen wir jetzt die Ruhigkeit mal wieder Wer die beste Waffe hat Der hat so einen, hier hat so einen Steinschleuder oder sowas So So, sehr schön Sehr gut Sehr gut Wenn wir dann runter, dann ziehen wir wirklich ab hier Mit Nur drücken wir runter Mit 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 Toten müssen wir RIGHT Mit Mit Bei Toten müssen wir recht noch einmal Mit Bei Do Mit Mit Be Bei Might Bei Da haben wir das Ding gefahren Das haben wir hier hoch Ich muss auch hier kurz schnappen Nein, nicht so stark, aber ähnlich aussieht Ich komm jetzt hier hoch, ey, geil So hier Und so los Fertig hoch Und die Butter Da gibt es die Tepper auf, ne? Dann gehen wir weiter So 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 Da haben wir uns im Haufen Jetzt müssen wir das mitmachen Dann gehen wir noch auf Jetzt machen wir Und ohne Dann machen wir Und euch auf So Das ist geil Das sind wir schon mal Ich weiß noch, wie die Kett Komm her, wie die Kett Ich weiß, wie die Kett Ich weiß, wie die Kett Wo ist denn hier hoch? Dann gehen wir noch über hier Okay 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 Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Okay 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 Genau Wie geht das jetzt? Okay Ich bin hier noch oben So, ich bin auch noch mal jetzt hier, bei Androiden. So. Ich muss dann auch ja Ruhe fahren hier und dann. Aber ja, ich bin echt top. Aber wir fetteln. Nein, nein, wir sind noch nicht. Das ist aber super. Ja. Ich weiß schon, ich glaube nicht. Guck mal, wieder Ruhe. Oh, hier noch. Ja, mein Gott. Okay. Okay. Ich muss noch mal einen ATS sehen. Ja, das ist immer gut. Oh, das ist immer gut. Einfach nur schießen. Hm. Hm, krass. Ja, das ist immer gut. Ja. 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 Ja, das ist immer schlecht. Ja. 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 ...durfen machen, ne? Ja, so einen. Das ist... ich glaube, ich hätte fast etwas Geld haben. Lassen auf. Wir sind auf diesem Palast hier. Oh, ein Palast. So, na, hier nirgends. Oh, dieses Ding, das steuert, geht vom Todesstern. Der Schutzmauer oder sowas. Die kommt ja auch schon von Lego. Den habe ich allerdings nicht. Aber ich habe irgendwie immer vorgebracht, das zu kaufen, aber die nicht kommt. So, ich glaube, ich habe eine alte Zeit, glaube ich. Verkauf, kaufe ich mir das vielleicht mal irgendwie machen. So eine Vollständigung. Ja. Ja. Also, endlich. Wir sind auf jeden Fall irgendwie viel runter, drinnen, nie? Und was gibt's hier natürlich nicht? Nein, das ist noch so, wie. Oh nein. So. Jetzt, 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 jetzt. Hallo. Okay. Einmal nur schießen. Das ist das einzige, was man in diesem Level tun muss. Aber nur schießen, schießen, schießen. Okay. Ich komme ja nicht hoch. Aber wir haben blöd. Oh, okay. Nice. Wow. Was ist das denn? Okay, das war Wicked. Weil er kann seine Waffe nicht wegnehmen. Weil er kann seine Waffe nicht wegnehmen. Also, ich schieße auch hier. Geht nicht. Er kann es halt von nur da weg tun, aber es ist nicht. Er kann einen Unhit. So. Gut. Sehr schön. Sehr schön. So. Jetzt wollen wir jetzt die 3-Führung gleich. Was ist denn das Ding da oben, das wir bauen? Ach, verdammt. Ich kann nicht auf mich warten. Ja, gut umbauen, ne. Das hat sie 3-Führung bekommen. Sehr gut. Hier hat sie zwar gewickert. Und das ist ja auch in den Hebel. Und das ist jetzt der Ding kaputt. Und das ist ja auch in der anderen Seite. Und das ist ja auch in der anderen Seite. Und das ist ja auch in der anderen Seite. So. Das ist ja auch in der anderen Seite. So. Jetzt. Genau. Und das ist da jetzt mal hier drin, genau. Sehr gut. Und dann. Und dann. Soll ich da oben hin? Shit Wie soll ich das hier reinpacken jetzt? Genau Sehr gut Machen wir C3 nochmal wieder Okay Der hier nochmal Ist jetzt ein Ding kaputt Und dann wieder Ich hab das an den letzten Hebel jetzt hier hinten Und dann hier Sehr gut Wir müssen die beiden hier auch mal drücken jetzt hier nochmal Na? Sehr gut Wir müssen den Sprengschock hier bauen So Na? Hätten wir das? Das Segel explodiert jetzt Und hier ging das auch kaputt jetzt Das Ding ist Ich hab's geschafft Boom Ich hab's geschafft Das ist es gewesen Ich hab's gefallen Dann lasst eine Pulsieverbindung da Und nicht gegessen Und tschüss Es ist ein bisschen Ich hab's geschafft Dotto Dotto